Hallo, ich bin Katharina und ich möchte euch heute von einem sehr interessanten Projekt eines Schweizer Vereins berichten, die damit den Nagel auf den Punkt der Zeit getroffen haben. Mitglieder dieses Vereins haben die Weltlage analysiert, die einhergeht mit Lockdowns, der Zerstörung von Existenzen, den Einschränkungen im sozialen Leben, was ja heute Social Distancing heißt, und vor allem den zunehmenden Beschränkungen unserer Freiheiten. Doch anstatt den Kopf in den Sand zu stecken, haben sie sich eine geniale Idee ausgearbeitet für die Mitglieder ihres Vereins. Sie wollen ein spezielles, größeres Passagierschiff kaufen und es zu einem weltweit operierenden Gemeinschaftsdorf, zu sagen, alles unter einem Dach, umbauen und nutzen. Wie es Ernest Hemingway einmal sagte, das Meer ist der einzige Ort, wo es noch Freiheit gibt. Das spezialisierte Kreuzfahrtschiff kann sich rund um den Globus bewegen und alle Meere befahren. Alles ist an Bord, was sie brauchen. In einer wunderschönen Naturkulisse kann die Gemeinschaft alles genießen, sich weiterbilden und gemeinsam auf vielfältige Weise entwickeln. So investieren wir in die Zukunft der Menschheit und geben eine Antwort auf die zunehmende Enthumanisierung durch Technokratie und Kontrolle über uns Menschen. Werden sie jetzt Mitglied des Vereins zur Förderung maritimen Lebens, um alle Vorteile zu genießen. Werden sie Teil dieser modernen Arche Noah. Dieses Projekt ist auch besonders interessant für Familien mit Kindern, da individuelle Schul- und Ausbildungsmöglichkeiten an Bord vorhanden sind. Was Gesundheit und kulinarische Genüsse betrifft, gibt es riesige Kühl- und andere Lagerräume, um alles Wesentliche unterzubringen. Zum Beispiel frisches Gemüse, Obst, frischen Fisch und Meeresfrüchte. Regionale Produkte, zum Beispiel landwirtschaftliche Produkte oder auch noch anderen frischen Fisch, werden zusätzlich auf der Reise in allen Teilen der Welt nach Bedarf direkt vom Erzeuger besorgt. Es gibt auch diverse Restaurants, Bistros, Bars, Cafés, wo auch individuelle Ernährungswünsche berücksichtigt werden können. Das alles sorgt für das Wohlbefinden unserer Gäste. In Bezug auf die Sicherheit bietet eine Hubschrauberplattform auf dem Schiff zusätzliche Möglichkeiten in Notfällen und bei der An- und Abreise sowie bei der Beschaffung dringend benötigter Materialien. An Bord befindet sich außerdem eine voll eingerichtete Klinik sowie ein Zahnarzt. Unsere professionelle Schiffsbesatzung garantiert den reibungslosen Betrieb des Schiffes, die Wartung und die Versorgung der Passagiere mit allem Notwendigen und Schönen. So entsteht eine Lebens- und Kulturoase zur Bewahrung der menschlichen Lebensweise, die der intellektuellen, sozialen und spirituellen Entwicklung dient. Zu guter Letzt noch, dieses Projekt ist auch eine großartige Investitionsmöglichkeit. Mitglieder können Kabinen auf dem Schiff kaufen und für sich reservieren. Somit können sie jederzeit in die moderne Arche Noah einsteigen und oder ein Leben lang an Bord bleiben. Erst Investoren für das benötigte Startkapital erhalten Spitzenzinsen und einmalige Möglichkeiten, das Schiff für sich zu nutzen. Es ist auch möglich, das investierte Kapital in nur drei Jahre zu verdoppeln. Fragen Sie nach den Sonderkonditionen dieser Anlagemöglichkeit. Seien Sie Teil dieser einzigartigen Chance auf globale Freiheit. Wenden Sie sich an die Geschäftsführung und besuchen Sie noch heute die Website des Vereins. Wir hoffen, Sie bald an Bord begrüßen zu dürfen und freuen uns auf Sie.